Jetzt Arjen Robben, Chance zur Führung Fuck Mokai verzweifelt auf der Suche nach einem 194er-Draft Okay, BPL-Argentinier Wenn jetzt nichts kommt, ne? Ja! Was? Ja, wichtig! 194 Was? Was? Junge, ich wurde so gescannt! Ich schwöre, ich wurde... Was? Ey, was ist das denn für ein Scan? Was ist das denn für ein Scan? Wie ist das blöd? Was ist das? Jo, boi! Amen, da zickt, sag mal! Und dann bin ich da noch jetzt circa eine halbe Stunde live Oh mein Gott! Was? Was? Okay, wir setzen uns jetzt die offizielle Ziele für FIFA 22 Erstes Ziel Keine Controller zerstören Ja, und mittlerweile gerade scheißegal, komm, aus Ja, erster Controller wurde verrichtet, Freunde Wir erzählen weiter, komm, weitere Ziele Zweites Ziel Kein einziger Ragequid Unter... Ne, gar keinen Gar keinen Ragequid Nicht einen einzigen Hallo! Hilfe! Oh Gott, das will! Und raus Hat keiner gesehen Hey, was macht der da? Hallo? Ey, Digger Klipp das, klipp das bitte Wunderbar Dreiste Chemie Gar kein Problem Wir sind ja SBC-Profis Zack, zadab Wehe, du kommst wieder Wehe Wusstet ihr eigentlich Zwei 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 Menschen Mit einem Unfassbar guten linken Fuß Haben wir am 21.7. Geburtstag, ja Der eine Ist hier oben rechts In der Kär Das ist der bessere mit links Der andere macht nur rüberlegertore Futter SBC-Futter Ja, Mann Das ist der Content, den ich hier brauche Abends um 21.22 Im Juli In FIFA 21 Das ist der Content, den ich habe Das ist der Content, den ich habe Vor lauter Freude Dreh ich mich noch dreimal im Kreis Und dann ist der Erling weg Zack Ich weiß, wer das Problem ist Ich weiß, wer das Problem ist Ich weiß, wer das Problem ist Man braucht ja nur Goldkarten Schade, dass er Bronze ist Schade, dass er Bronze ist Da wollte ich mal Echt Was? Guckt euch das bitte an Bitte guckt euch das an Autoblock Komplett in den Lauf Vom Gegner Mein Courtois läuft Der irgendwo rum Ohne, dass ich ihn rausgeholt habe Läuft Der am Gegner vorbei Macht gar nichts Ne, 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 ne Der ist nicht schlecht Guck mal, das ist immer ein gefährliches Ding Hörst du meine Nachbarin? Warum? Es ist 21 Uhr und sie klopft einfach Ich glaub's nicht Hä? Hä? Zwei Wochen später Er ist da, Freunde, bei Paris Saint-Germain Auf der ZOM-Position Ihr merkt es Ja So 22.25 Uhr Die Nachbarin ist da Ich bin auch da Ich werde meinen Ton ein bisschen runterstellen Freunde, ihr merkt es hier Ähm Hier, ihr merkt es Das ist das O Rückt auch immer weiter nach rechts Hat keinen Bock auf das I Max Du weißt nicht, wovon ich rede Ist mir egal Das ist das O O Das ist das O O Ich Ich Er hat eine Niederlage bekommen, obwohl er gewonnen hat. Er hat auch keinen Bock mehr. Er hat eine gute Karte für den Gegner. Er hat eine gute Karte für den Gegner. Guck mal ganz genau zu. Guck mal ganz genau zu. Ich glaube das müsste Spielabbruch sein. Ich glaube Spielabbruch. Ja, das Spiel wurde abgebrochen. Das Spiel wurde einfach abgebrochen. Was ein Typ. Ja, jetzt hat er nur 3-0 verloren. Black Eagles musste das Spiel wegen zu wenigen Spielern aufgeben. Boah, dieser Cock ist sehr interessant. Und ich finde deinen Stern übrigens auch sehr geil. Ja, der ist schon schwer. Ja, Digga. Klipp das, Maven. Klipp das, Maven. Klipp das, Maven. Klipp das. Hey, lass mich vollschluss machen. Lass mich vollschluss machen. Lass mich vollschluss machen. Ich mach ihn weg. Ja, ich hab ihn gehalten. Ich hab ihn gehalten. Der wäre so drinnen. Ist das asozial, der wäre so drinnen. Oh, 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 oh mein Gott. Kann das hier jemand klippen? Was ist das denn? Was ist das denn? Boah, wie hat JJ über Torwart machen wollte. Oh, 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 oh. Kohlen wollen. Dann sollten sie die tolle Parade ein Eigentor. Das ist bitter. Oh, ich mag. Stark. Oh. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Nein. Ja. Nein, bitter. Scheiße Oh, warum läuft er nicht durch? Oh, er läuft durch Hä? Leute, Ronaldo Ronaldo hat eine Schwalbe versucht Ronaldo hat eine Schwalbe versucht Hä? Oh, dieses Spiel ist so kacke Es ist so schlecht Guckt es euch an Oh Mann Das bedeutet auch, die haben Oh, Mann Was? Ach, ehrlich Jo eben, Mann Mann, ich war zu früh Sag mal, Tobi, mach, 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 mach Vertraue mir Was? Ach so, wie das So Was? Hä? Was war das? What the fuck? Nein Niemals Niemals ? OHH Dang Niemals Auuuutsch! Ich spiele gegen einen einzelnen Gegner und dann kommt diese Meldung nachdem er gequittet ist. Was ist hier denn drin? Was ist hier denn drin? Eine Biene! Warte mal kurz! Hä? Runter! Nur noch runter! Flieg doch runter! Nein! Komm doch her! Hier ist deine Freiheit! Nein! So dumme Kuh! Sie ist raus! Alles gut! Ich bin der Bienenflüsterer! Ich bin der Bienenflüsterer! Ich habe eine Umfrage dazu gemacht, ob das für die Leute vorstellbar ist. Lul! Was war das denn? Alter, das Spiel ist so schlecht, ne? Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt an mir. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schrie, schnapp, 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 schnapp. Schmisch, schnappi, schnappi, schnapp. Schmisch, schnappi, schnappi, schnapp. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil.